ja hallo hier ist wieder tuxoch.de willkommen auf meinem video kanal und heute soll es um ein kleines video licht gehen nämlich das yon gnuo 216 das yon gnuo 216 hat wie der name schon sagt 216 led kügelchen und es gibt diese lampe in zwei verschiedenen versionen nämlich einmal eine gemischte also wo die hälfte der led kügelchen kunstlicht generiert und die andere hälfte tageslicht und es gibt eine version wie meine hier die nur kunstlicht mit 5500 grad kelvin erzeugt die yon gnuo hat hier diese bedienelemente hinten an der rückseite ich hoffe ihr könnt ihr die erkennen und zwar natürlich on off dann unten die batterie stand anzeige und eine grobeinstellung sowie eine feineinstellung des lichtes hier passt eine standard sony npf batterie herein die kann aber auch hier über diese klappe mit normalen doppel a batterien betrieben werden und zum guten schluss ist hier auch eine entsprechende anschluss für ein netzteil dann setzen wir einfach mal eine batterie an so rastet an wir machen hier die klappen auf und dann können wir hier die leuchte anschalten und ihr seht die helligkeit die jetzt nicht allzu groß ist die kann man dann hier wie gesagt verstellen und sie bis hier das ist ungefähr die maximalste helligkeit hoch drehen zu dieser leuchte werden insgesamt vier von diesen plastik vorsätzen geliefert zwar einmal so in orange das ist wohl eher um kunstlicht konvertierung durchzuführen dann haben wir hier eine ja rosa scheibe da kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz was mit anfangen dann hier so eine art diffusor und hier die blaue ich denke mal dass die dafür da ist bei der b color version dann komplett auf kunstlicht umzustellen auf tageslicht schuldigung umzustellen wenn man nur die andere reihe benötigt die einsätze werden hier einfach nur so leicht eingedrückt hörbar und schon hat man dann ein entsprechend eingefärbtes licht ich denke mal ihr könnt es hier erkennen wir drehen auch mal hier die helligkeit etwas höher so ich habe sie jetzt hier hinter mir mal hingestellt sozusagen als effekt licht mit der blauen scheibe davor um hier einen anderen farbton an die wand zu bekommen normalerweise wird natürlich die lampe so aufstellen dass sie von der kamera aus nicht sichtbar ist und ich denke mal damit sind wir schon beim haupt einsatz weg dieser lampe sie eignet sich um auffällig darzustellen oder gewisse akzente zu setzen als einziges hauptlicht kann ich es mir weniger vorstellen vielleicht da sie auch einen blitzschuh hat also dass sie ohne probleme auf der kamera befestigen kann in einer art ja ich nenne es mal reportage stil das mag noch angehen aber ansonsten dürfte die lampe insgesamt ein klein wenig zu schwach sein für zb produktfotos zb für ebay und andere dinge von kleineren objekten dürfte sie natürlich hervorragend geeignet sein vielleicht auch besser wie ein blitzgerät weil man hier einfach die ergebnisse der lichtsetzung sieht und vor allen dingen sie ist mit knapp 60 euro sicherlich sehr preisgünstig bedenken muss man natürlich noch dass man hier entweder sony f kompatible akkus benötigt oder wenn man vielleicht noch doppel a akkus hat kann man die natürlich auch verwenden oder wenn man es öfters verwendet dann natürlich auch ein sprechendes netzteil und die sind ja auch nicht so teuer ja ich werde sie im wesentlichen einsetzen als weiteres effekt licht zum beispiel als hintergrund licht oder um den hintergrund eben einzufärben aber ansonsten bleibe ich natürlich hier bei meinen godox leuchten die dann schon einiges mehr liefern aber für den preis und für die größe vor allen dingen da es sich ja jetzt um eine transportable leuchte handelt finde ich das schon relativ gut die überlebensdauer der batterie habe ich jetzt ein paar mal getestet zwar mit den eneloop akkus also aa akkus die liegt ungefähr bei 20 bis 30 minuten wenn er jetzt fragt warum man da nicht nichts genaueres zu sagen kann das liegt einfach daran dass mit abnehmender akku kapazität auch die maximale leuchtkraft der led leuchte abnimmt und da fällt es dann schwer zu beurteilen wo dann genau der punkt sein soll an dem man sie als ich sag jetzt mal als leer bezeichnet aber ungefähr 20 bis 30 minuten sind mit einem vollen satz sprich sechs akkus dann schon machbar und dann immerhin auf voller lichtstärke ja das von mir wird zu dieser kleinen leuchte y216 ihr müsst jetzt selbst entscheiden welche version dieser leuchte mehr zusagt entweder die bicolor version oder die reine tageslicht leuchte hängt sicherlich auch ein bisschen vom einsatz weg ab wenn man einsteigt bei video kann es sicherlich nicht schlecht sein sich zunächst mal für die bicolor leuchte zu entscheiden wenn man hier einfach eine größere flexibilität hat ja so viel zu mir zu dieser y216 wenn ihr dazu fragen habt platziert die doch gerne in die kommentare oder auch in die kommentare des entsprechenden blog post und ich hoffe dass euch das video ein klein wenig gefallen hat dann platziert da auch ein gefällt mir zu diesem video und noch mehr würde ich mich natürlich freuen wenn ihr diesen kanal abonniert dann vergesst aber auch nicht die entsprechenden benachrichtigungen einzuschalten damit ihr jedes mal informiert werdet sobald ich ein neues video hochgeladen habe ja wie gesagt so viel zu mir zur y216 und auch für heute und ich sage bis zum nächsten mal tschau tux ope